So, kommen wir zur Freistil. Begiftung 98 Kilo. Leon Suslin für den TSGA und Dennis Nuss für 100 KSV. Okay, die Einschrauben haben funktioniert. 18 Euro nach 23 Sekunden. Peckchen, Peckchen, Peckchen. Dennis, geh doch mal da drauf. Ja? Geh mal in den Nacken. Matten, Mitte. Matten, Mitte. Komm, Dennis. Beinein, Hector. Beinein, Hector. Dennis, warum ist das los? Mach es. Andere Seite drüber. Hebel rein, Hebel rein. Links den Arm rein. Oh, mit dem Kopf mitnehmen, Dennis. Den Kopf mitnehmen. No, warum lässt du den Kopf los, Dennis? Geh mal in den Nacken. Geh, geh doch! Noch 1.30 Uhr und 14 zu 0 die Führung für Dennis. Andere Seite zu mir rüber. Tief, Tief. 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 Und mit der nächsten 2. Und mit der nächsten 2. Und die technische Übernissenheit, Dennis Nuss gewinnt gegen Leon Süssi. Tief.